Du du, ich habe keine Ahn-Fabelle mehr und jetzt auch kein Surfer, niemand soll zur Stadt. Na, passt der Blubb. Los, nächstes Pokémon. Na, jetzt hat Schick mir irgendwie gar nichts mehr zu erzählen, ne? Das ist immer so schrecklich. Ich habe meinen ganzen Erzählstuf schon aufgebraucht. Was ist das mit Karpador? Gut, das Karpador war auch 10 Level höher als meine Libia. 42 für Spiegelei. Kleiner Fun-Fact, ich habe vorhin Spiegeleier zu Mittag gegessen. Ich dachte, ich erwähne das mal. Da dachte ich mir so, hey, du musst noch Pokémon aufnehmen! Nein, habe ich eigentlich nicht gedacht. Ich habe es gestern eigentlich schon gedacht, als Jan meinte, ja, morgen kommt dann kein Stream, weil ich ihn sowieso noch aufnehme, bla bla bla. Und dann hat Chicken. Und dann habe ich gedacht, hey, dann kann ich ja morgen Pokémon trainieren. Normalerweise würde ich jetzt schon im Stream laufen. Was soll er auch machen? Was soll er auch machen? Innerhalb von vier Livestreams mit Xillia durchgewiesen. Er kann ja noch Mila-Seite auch noch spielen, auch wenn er das in L.P. schon gemacht hat. Ja. Nee, haben wir ja schon gesehen. Da! 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 Über gut. Borger. Das ist doch hilfe! Hilfe, 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 hilfe! Hilf! Hilfe, hilfe, hilfe! Hilfe, hilfe, hilfe. Nein, tut dann los! Ich weiß nicht mehr, worüber ich reden soll! Dann über gar nichts! Was? Was? Ist nicht da gerade richtig jemand in der Abo-Box? Ach, wie schön! Egal, müsst ihr nicht wissen. Toll, jetzt freut sie Chitten schon über irgendwas. Dann erzählt sie noch nicht mal, was sie so lustig findet. Das ist total gemein! Na und? Kann denn passieren? Staffel 4? Okay. Ich bin ja sowieso mit Staffel 3 noch nicht fertig. Also ich von da her... Oh, Level abgleich! Hilfe! Falls es euch interessiert, ich rede gerade von Let's Adventure Your Minecraft von ZOMBEL! Jetzt hat sie es doch gesagt! Verdammt, jetzt habe ich mir das Geheimnis rausgebrochen! Was wird dir so lange Kandidat wird schon oder zu mehr? Geh! Wir gehen auf Abenteuerreise! 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 Don't be too exciting, Big Bro! Freust du dich auf deine Abenteuerreise, Big Bro? Gehst du gerne auf Abenteuer? Ja! Oh, okay! Das muss ich jetzt nachgucken! Erstmal Vyloot, was ist überhaupt dein englischer Name? Äh... Was? Vyloot! Ja, vergesst einfach mal das R zu schreiben! Äh... Ich muss jetzt den... Ah, nachgucken! Ob das Vyloot immer... ...wex immer mit... ...wehnlicher Name ist auch Vyloot! Okay! Machen wir mal von nebenbei her mit den Händen weiter! Oh, okay! Äh... ...weuse mich da! Aber auch G allowed... ...we... 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 Spiegei! 43! Yay! Ich nummer's doch, my lord. 321! 321, meins! Lass mich raten, du bist der Eigentümer von Ebay. Nee, hier steht nichts von bei, Lord. Oh, da kann ich dich nicht hier in Pixelmon fangen und dann mit dir auf Abenteuerreise gehen. Tut mir leid, Big Bro. Mein ganzer Plan geht nach hinten los. Steht auf jeden Fall nichts hier auf Pixelmon-Wikia-Com. Nein, tut es nicht. Da müssen wir andere Abenteuerreisen begehen. One Piece, da gibt es ja auch so einen großen Wahl. Ja. Also ist das schon lange nicht mehr vorgekommen. Blabum! Da hab ich glaube ich nicht gesehen, dass deine Attacken der sind. Spiegei! Wie brauchst du noch das Level Up? 3.800, dann darf ich dich wieder rausschmeißen. 3.800, dann darf ich dich wieder rausschmeißen. Ja, nicht deines, ne? Adventure Time! Yay! Adventure Time! Adventure Time! It's Adventure Time! Wir erleben ja viel Adventure, wenn ich mir das hier so angucke. Ich fahr mit meinem Fahrrad gegen Wände. Das ist das größte Adventure, was ich mir vorstellen kann. 1.900. Was? Nein, ich will Spiegei nicht loswerden. Ich doch nicht. Ich hab alle meine Pokémon lieb. Die manchen mehr als andere. Und ja, ich weiß, dass ich Spiegei noch nie eingesetzt habe. Ich kann einfach nicht damit kämpfen. Das ist doch keine Angriffsattacken. Das ist immer so tricky mit... Hier. Konter und Spiegel-Cape. Ja, erstmal musst du dir selber aus dem Maul hauen lassen. Und da musst du auch noch Glück haben, dass du die richtige Attacke ausbildest. Dass, wenn du physisch angegriffen wirst, du auch vorher Konter benutzt hast. Und nicht Spiegel-Cape, weil sonst geht es daneben. Da kannst du nicht zurückwerfen, die Attacke. Nachdem du einen Schaden bekommen hast. Sonst ist der Schaden nur einseitig. Da kannst du ja... Ja, geteiltes Leid... ...ist noch ein bisschen Leid oder so. Wie auch immer. Der... Spruch ging. Ich weiß es nicht. Sprichwörter sind sowieso meistens komisch. Eigenartig. Nicht lustig. Eigenartig. Wieso hat komisch so... Zwei Bedeutungen. Das kann einmal komisch im Sinne von, dass etwas lustig ist, sein. Aber auch komisch im Sinne von eigenartig. Dass der Zombie auch letztes Mal verwirrt. Da muss ich noch schreiben, was ich mit Dings meinte. So. So. So ein Center. Äh... Checkern willst du nicht vor allem meine kleine Pokémon heilen? Ja, ich glaub das ist eine gute Idee. Du sagst so, als wär das... Ein paar Tage her. Wer weiß, wann das her war. Nein, das war... Wann hatte Jan... den ersten Xylia-Livestream gemacht? Das ist schon fast länger her. Da war das LP noch nicht mehr vorbei. Warte... Oh! LP zwar noch nicht vorbei, aber ich hab schon fertig aufgenommen. Habe ich mal einen Livestream rauf. So ungefähr hat die Sonne gehört. Komm, Pelulu. Du musst aufholen. Äh... Spiegelei! Du musst... gleich erstmal auf Pelulus Schuppe aufpassen. Ja? Pelulu ist auf so ein Pokémon, das werde ich auch bestimmt jemand einsetzen. Es sei denn, es gibt irgendeine Möglichkeit, es weiterzuentwickeln. Irgendwie kann man ja tauschen. Hat Yasui ihm in Feuerrot ja auch gemacht. Mit seinem... Georock. Tauschentwicklungen sind sowieso... Bäh! Ich mein, wie sollen sich dann im Anime die Pokémon in der freien Wildbahn weiterentwickeln? Dann dürfte es ja gar keine Weiterentwicklung von Tausch-Pokémon geben, die sich durch Tausch entwickeln müssen. Äh, für dich. So. Tauschen. Die weiße, hier. So, halt du das fest. Sonst lässt das Spiegel einen noch fallen. Manu. Schuppe gut festhalten, ja? Deine Dingskiste auch gleich wieder. Ich hätte dir noch einen Dings reinschauen können. Ein Dings, 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 Dings. Ach. Ich geb mal kurz die Magneten. Wahrscheinlich, dass sowieso Suica in der Arena dann Magneten tragen. Weil seine Spezial... Sein Spezialangriff nicht so hoch ist wie der von... Coil. Äh... Ticken! So, das muss vielleicht... Speedtast, ne? Ja! Speedtast ist eine Lüge! Wer braucht das schon? Du! Sonst wird es noch länger dauern mit dem Battle. Sonst wird es noch länger dauern mit dem Battle. Du! 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 Oh, jetzt war die wieder so müde. Hm. Eine Katze in einer Muschel. Ja. Ist doch nicht jeder. Aber Pelunu, du bist keine Katze. Oder trägst du hier... Nekomimi. Ja, tut es! Äh... Er. Tut er. Okay. Pelunu trägt Nekomimi. Also diese Katzenohren. Wenn man sich aussetzen kann. Verdammt teuer sein soll. Verdammt teuer sein soll. Das hat mir zumindest der Jombi erklärt. Dieses kleine untote... Unilein. Das Baby-Repeat. Das sieht... Das sieht so süß aus. Ah! Ich kann nicht aufhören, auf sein Skype-Bild zu gucken. Baby-Tiere sind sowieso verdammt süß. Und Teenie ist auch am Schlafen. Ja. Alles schläft hier. Alles eingeschlafen. Die machen hier eine Kusch... Kuschelgruppe. Ein Schlaf. Ein Schlaf-Orgier. So. Das wollte ich sagen. Also hier. Toast-Arginion. Repeat. Ein Schlaf-Orgier. Ah. Pyjama-Party. Repeat in Pyjama? Warte. Das muss ich... Das muss ich Zombie jetzt grad mal schreiben. Was er sich Repeat im Pyjama vorstellen soll. Vor allem, wie würde dann so nymphensittig im Pyjama aussehen? Merkwürdig. Und Toasters Pyjama würde einfach nur verbrennen. Toasterschlift nachts. Das ist Teenie. Nein. Du musst kein Pyjama anziehen. Du brauchst sowas nicht. Du hast ja dein Federkleid. Aber wenn du dann immer in der Mauser bist und dann hier deine ganzen Federn und Daunen rumfliegen, dann sieht das echt so aus, als hätte hier eine Kistenschlacht stattgefunden. Ihr wisst gar nicht, wie viele Federn man über die Jahre hinweg ansammelt. Von so einem einzelnen Tierchen. Ja, du. Von Tränen? Ja, das ist das Problem, ne? Das ist wirkungsvoller dein KP, das nimmt das Hochsehen. Das heißt, um seine volle Stärke zu entfalten, darf Big Bro keine KP verloren haben. 150. Das ist rückschreckend. Kann eventuell verwöhren. Wenn du Werte verhindert. Ach komm, werd ich bestimmt niemals einsetzen bei Snebel. Also von daher weg mit dem Scheiß. Was? Werde ich Big Bro jemals einsetzen? Weiß nicht. Meine Wasserlieblinge sind ja momentan hier Malu und Faipo. Die haben ja am meisten Auftritte bisher bekommen. Aber das heißt nicht, dass ich dich nicht mag, ne? Big Bro hat halt keine Zeit, in meinem Team zu sein. Big Bro muss auf Adventure gehen. Big Bro ist nie da. Immer unterwegs. Genau wie hier Lkw-Fahrer. Immer um diese ganzen... Hier am Traktor, ne? Blabla. Oh Gott, wie langsam levelst du, Jane? 6 KP. Solange es nicht 1 KP ist, dann wär ich ja verdammt sauer, ne? So Faipo, du bist dran. Dann darf ich erst mal Coil trainieren. Wenn wir aber irgendwo hin, wo es Wasser-Pokémon gibt. Da hätte auch, glaub ich, Nightstrahl ausgereicht. 23 für Pelulu. Yay! Äh, soweit ich weiß, lernt Perlu als Perlu keine Attacken, sondern nur wenn er sich weiterentwickelt. Durch Tausch! Naja, ist ja egal. Ist ja egal. Ich hab genügend andere Pokémon, ne? Aktive Pokémon. Insgesamt hab ich ja... Ach, ich hab 59 gefangen. 10 davon sind tot. 49. Ein Pokémon darf ich ja noch fangen. Das ist in der Siegestraße. Das heißt, im Grunde hab ich dann 60 Pokémon. 50 eigentlich. Also lebendiger. Ja. Ja, lebendige. Und wie viel davon sind in deiner Mainbox? Äh, 26, glaub ich, waren das. Als ich letztes Mal gezählt habe. Auf jeden Fall nicht 30, weil die Box ist nicht voll. Habe ich vorhin gerade wirklich Eisstrahlen auf Kotel eingesetzt? Nein, ich hab es nicht für einen Kleinstein gehalten. Na, ich war natürlich mal wieder nicht abgelenkt durchs ganze Reden. Blablablablabla. Blablablablablablablabla. Blablablablablablablablablablablablabla. Wie ein Wasserfall. Solange ich hier... Ich anfangen wie ein Wasserfall zu sabbern. Wie es so schön heißt in all meiner Axelia-Stories. Ja, Flieder hat wie ein Wasserfall gesammert. Boah. So kann man auch Leute verarschen. Ja, Alvin nimmt ja gerne Leute auf ihren Arm. Und ihr habt keine Ahnung, wovon ich wieder rede. Zumindest die Leute unter euch, die keinen Axelia kennen. So ein Text mit Axelia. Dann guckt euch ein LP dazu an! Das ist awesome! Ich glaube, ich muss mir die ganze LP noch mal ein zweites Mal reinziehen. Ich hab ja damals auch zweimal... oder dreimal... Das Pay war auch geguckt. Zwar nicht hintereinander. Nur zwischendurch mal ein paar Folgen auch hier so blablabla. Also als ich das nochmal von neuem geguckt habe. Mhm. Chicken erzählt wieder aus ihrer kleinen Welt! Wir wollen 20, Pei Lulu! Haipo, wie hoch ist eigentlich dein Angriff! 72 So, dann gibt es eben noch zwei, oder? Äh, zu verschallt Ich überlege mir jetzt schon mal, wie ich die Pokémon in der Arena ärgere Am gemeinsten wäre ja immer noch hier Coil Oder? Oder? Ihr habt die Parafusion-Taktik Dann ist der Gegner paralysiert und verwirrt Dann muss er erstmal durch beides durchkommen Parafusion Das Eisstrahl Warum muss Cetra King als Zweityp Wasser haben? Ah! Sonst könnte ich somit Eisstrahl fertig machen Aber nein, dank... Wasser ist ja Eisstrahlen nur neutral Das wäre sehr effektiv Chicken weint! Warum sehe ich nichts von diesen Tränen, Chicken? Äh 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 Gute Frage! Ausverkauft Sorry Aha Ich wünschte Schutzschild vom Gegner würde ausverkauft sein Von mir von diesen ganzen Kordeln Macht kein Mensch Ich meine, die zögern nur das unvermeidbare Handy hinaus Die werden doch sowieso sterben Also von daher Um hinaus zu zögern Nur damit ich RP verschwende Und dann früher ins Poké Center zurück muss, hä? Ja, so sieht's aus So sieht's aus So und nicht anders Das hat sich Kordeln gedacht Ja, wenn sie mich schon töten Dann kann ich auch ein paar RP mit in den Tod reißen, ne? Ist ja nicht so, als könnte ich nur so Pembo und... ...reiß ...25 mal angreifen Säure würde hier nicht sehr viel bringen Wieso kippe ich hier eigentlich mit Pfeilpoo? Ich meine, wenn eine Bodenanzacke vom Gegner rein... durchkommt Das tut sehr weh Äh Ach, wir sind sowieso schneller Von daher Und ist ja nicht so, als hätte ich noch eine ganze Tentarame in der Hinterhand Auch wenn's schade um Pfeilpoo wäre Weil eins meiner Tentarame hat ja auch hier Ein Verteidigung Minus-Wesen Da hat... Da hat Tentoxa Schon ne miese Verteidigung Und dann sowas Dann wird das Die Verteidigung noch mehr gesenkt durch das Wesen Hm... Ich weiß gar nicht gerade welchen zum einen anderen Tentarame auf der Einserzbank dieses Wesen hat Ich kann mir nicht merken welches Wesen was macht Außer hier mutig Hier Plus Init Minus Also... Aber auch nur weil ich so viele mutige Wesen hier habe Schnarchnasen Hier, wer ist denn Schnarchnase? Toaster Kimura Kimura Oh Sehr viele Innit! Wer braucht schon Innit? Ja, so langsame Pokémon brauchen echt keine Innit Zum Beispiel Oh, wie hieß das Pokémon? Diese Stahlpflanzen Pokémon Muss ich jetzt grad mal nachgucken Weil es gibt ja so eine Attacke Die stärker ist Je langsamer der Anwender im Gegensatz zum Feind ist Zum Feind Ja Die ist ja im Grunde Feind Zum Gegner halt Und da ist schon ein Hier Dings Wesen Minus Innit Wesen Und auch ganz schön hilfreich Am besten investiert man auch überhaupt gar keine Punkte auf Also ja gar keine Fleißpunkte auf Innit Hihihi Aber das ist egal Ach, Chicken! Das ist competitive Du hast dich doch sowieso nie mit lange beschäftigt Wieso erzählst du das denn überhaupt? Ist nur interessant, die Sachen zu erzählen So, wie heißt jetzt dieses Pokémon? TENTANTE! 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 Yay, 22 Feilpum. Bianca, hast du ein Item für mich? Ja, hast du. Fluchtzeil. Ach, willst du hier nicht mehr drin sein, hä? Du meinst auch? Oh, Fluchtzeil. Ich habe ein Fluchtzeil gefunden. Endlich heraus. Endlich muss ich Chicken nicht mehr zuhören. Und dann nehme ich es dir weg. Nein, jetzt muss ich hier zuhören. Ich muss hier weiter zuhören. Aber war mit mir. Ich will nicht mehr. Nein. Warum tust du mir das an? Ich bin ein PR-Rin. Ich muss reden. Wenn es dich nervt, dann schreit das Video einfach ab. Niemand zwingt dich, das anzugucken. Genau die ganzen Hater. Wieso gucken sich den Scheiß überhaupt an? Höh, du Scheiße. Höh. Ja. Dein Leben ist scheiße, Hater. Hater sind doch sowieso nur hobbylose Neider. Nein, derzeit, in der du den Kommentar verfasst hast. Mr. Hater, hättest du auch was anderes machen können. Super. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade, keine Ahnung, ein paar Minuten deines Lebens verschwendet. In der du etwas Sinnvolleres hätte machen können. Hater sind sowieso erbärmlich. Also von daher, da kann man sich nicht lieber aufregen. Das zeigt eigentlich nur die Erbärmlichkeit. Und Hater werden sowieso von allen nur geblockt. Und dann sind die überall im Internet auch geblockt. Auf jedem Kanal. Selbst auf ihrem eigenen. Ja. Ich hasse dich. Das war jetzt gerade auch ein Hate von Kurtzl. Ach, Spammer. Das ist mir genauso schlimm. Und Leute, die in Caps schreiben. Und dann kommen Leute, die nicht mal Punkt oder Komma in ihren ganzen Kommentaren setzen. Da muss man das erstmal alles entziffern. Wie soll man denn jetzt den Satz geschickt lesen? Hä, hä, hä? Und dann kommen die Leute, die wir nach einem Scaram-LP fragen. Ja, so 10.000 Mal. Und wenn Rappi mich dann mal wieder nach einem Scaram-LP spaßeshalber fragt, dann kann ich mir auch nur so denken. Aber der macht das sowieso noch nicht zu ärgern. Also von daher ist er nicht böse gemeint. Wir wollen doch alle nur Spaß haben. Er, den hattest du dann. In deinem Konfi mit ihm. Wo er irgendwas gesagt hat. Und ich musste dann minutenlang lachen. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Und er weiß es auch nicht mehr. Aber er hat es gesagt. Ich war am Ende so fertig. So gelacht. Wie hast du das geschafft, Rappi? Das ist ein bisschen komischer Typ. Ach, herrje. Egal, weiter mit. Pokémon! Rappi ist das meistgesagteste Worte in meinen LPs. Neben Klippenläufer, habe ich das Gefühl. Und Potterfix! Was kommt draußen? Ah, nein. Ich bilde mir einen Regentropfen ein. Yay! Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Sonst lange ich mir nicht wieder Klippenläufer einbilde. Bianca, hast du wieder ein Item für mich? Ich vergesse dich immer. Sorry. Schutz. Aha, du wirst dich also von meinem Gelaber schützen. Ich habe das Gefühl, Bianca mag mich nicht. Warum bist du dann mein Pokémon? Warum bist du dann als erstes gekommen auf... ... auf... ... Route... ... 118. Jetzt sag mir bloß nicht nur, weil du kreislich Doktor bist. Und sie ja dann im Testament... ... in dem Testament deiner Mutter stand. Du musst von Chicken gefangen werden. Weil Chicken ja so... ... die... ... dunkle Natur, sage ich mal... ... von deiner Mutter... ... freien Lauf gelassen hat. ... ne? Mein Kreisle war ja die Henkerin. Und ich habe es ihr nicht verboten. Ich habe ihr nicht gesagt... ... hey, du darfst das nicht mehr machen. Böse, böse. Ich habe ihre... ... Natur akzeptiert. Auch wenn es ein bisschen schräg war. Hey, das war lustig. Kreisle hat alles getötet. Töten, 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 töten. Alles muss getötet werden. Ah, 6400 und bisher 30. Hyperheiler. Ja, schön für dich. Noch mehr Kortschel. Ganz viele Kortschel. Bringt sie alle her! Aber kein Ding Spam mehr, ne? Schon chillt. Das ist böse. Genau wie Scanner. Auch böse. Beziehungsweise nerven die Attacken. Da zeigt man sich auch noch... Ah, wir sind schon wieder ein Hotel ein. Ah, komm schon. Dann zungerst du doch nur eine Indie-Lage... ... in einem Zug hinaus. Was auch viel gebracht hat. Na gut, Schutcht kann auch hier sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn man gerade eine Extreme-Randomizer-Nice-Look macht... ... und dann nicht weiß, was einem zukommt. Weil die Attacken der Pokémon-Random sind. Und da kann man ja schön erstmal Schutcht einsetzen... ... gucken, was der Gegner einsetzt... ... und dann kann man das... ... hier predikten irgendwie, vielleicht. Dann kommt... ... das ist hier so ein Togepi mit Guillotine an. Hm, na mal, Jan. Full Trooper! Yay! Aber so eine Nasslog ist ja eher eine reine Glückssache. Da kann man direkt im Spiel-Blight-Nassloggen. 31, für Pelulu. Alle Golden Sun, Nasslog. Äh, hier. Ivan darf nicht sterben. Ja, Ivar. Äh, äh. Komme ich jetzt auf Ivar? Vielleicht, weil Ivar der Name eines Charaktereuses... ... der jetzt auf Xylia ist und du total gehypt bist von diesem Spiel. Ja, das kann sein. Und wie oft habe ich schon in dieser... ... Trainingsanheit, das wird Xylia auch nur erwähnt. Ich weiß es nicht. Volltreffer. Freipu, magst du das auf Xylia, hä? Oh Gott, bist du Ivar? Bitte nicht. Bitte nicht. Ivar kann manchmal so nervend sein. Und durch seine Eifersucht auf den Hauptcharakter, den männlichen Hauptcharakter. Es gibt ja zwei Hauptcharaktere in diesem Spiel. Da hat er das Talent, schlimme Situationen noch weiter zu verschlimmern. Oh. Das ist schrecklich. 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 Ich hoffe, er ist nicht mehr so in Xylia 2. Ich hoffe es. Aber ich hoffe ja, so vieles wird Xylia 2. Ja. Wann wird endlich das Release-Datum bekannt gegeben? Nicht in der nächsten Zeit, weil wie gesagt, am 28. kommt ihr erstmal Chronicles. Also, es ist ein Podium Chronicles. Vergiss du mal, wie ich die Bestandteile der Namen checken? Wie kannst du es sagen? Ich meine, man nimmt mich schon drauf, aber trotzdem. 170. 170? Äh, 790. Hier, Eisstrahl. Ich störe das einfach nur. Ich muss mein Golden Sun Dokumente noch erschließen. Hab ich noch auffällig, weil ich ja voll den Golden Sun hochgeladen habe. Eieieieiei. Pelu nur erreicht ihr mit 32? Das ist aber schön. Los, level up for Paipu. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann eben das andere Geo-Rug. Level up for Paipu. Wehe. Nicht. Doch, gut. Was ist mein Glück gehabt? 99, ihr nicht? Und 78, verzeihung. So. Dann wollen wir mal ein bisschen surfen gehen. Moment, ich muss das mal ja runter, oder? Liegen! Muschbach, ey! Muschbach! Muschbach, 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 Muschbach. Muschbach! Noch weniger geht wohl nicht, ne? Warum können mit Surfer so schwache Pokémon auftauchen? Wann bekommt man den Surfer nach den fünften Arena-Orden? Wie stark war nochmal das stärkste Pokémon des Arena-Leiters? Das waren mir das schwächste Pokémon. Ich glaube... Nicht mal 30. Können die nicht so im 20er-Bereich sein? So wie in der einen, die Magma-Höhle? Die Magmas versteckt. Nein, meinst du nicht, das ist verboten. Trauer hab ich nicht gerade dabei, ne? Obwohl... Pelulu hab ich auf 20 gefahren. Wenn die da unten wohl kaum stärker sein. Ich weiß, wo ich hin gehe. Falls sie noch offen ist, in die Urzeithöhle. Weil da gibt es ja auch Flug-Pokémon. Falls sie offen ist, noch. Und die stehen da immer noch, wie die Schaulustigen. Dabei sind Kioch und Braudon weg. Weggelaufen. Kann ich noch rein? Ich kann nicht mehr rein, ne? Ach, nein. Ich kann nicht mehr rein. 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 Ich kann nicht mehr rein.